Diese Ströme von Touristen haben sich ein wenig von Osten nach Westen bewegt, aber auch von Westen mehr Richtung Fernflug, Richtung Fern-Destinationen und dann tendenziell auch noch Richtung Norden, also Skandinavien war es schon nachgefragt, Kanada, USA. Manchmal haben die Leute auch das Gefühl, je weiter weg, desto sicherer wird.